Und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video bzw. einer Videoreihe, denn heute ist Resistance Burning Skies bei mir angekommen und sowieso auch erst auf den Markt gekommen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich mich entschieden habe, direkt ein Let's Play dazu zu machen, denn Uncharted kam ja bei den zwar wenigen Viewern, aber es kam eigentlich ganz gut an und bevor hier einige schon ausschalten, starte ich direkt mal das Spiel. Weil, ja, die, die vorher nicht mein Uncharted-Let's Play gesehen haben, für die ist das dann mein erstes Let's Play, das sie von mir sehen, also, ja, und deswegen wünsche ich euch schon mal im Vorhinein viel Spaß und, ja, das war es eigentlich, was ich schon im Vorhinein sagen kann, denn ich spiele das Spiel hier gerade blind, zum ersten Mal quasi und hoffe, dass ihr genauso viel Spaß haben werdet wie ich. hoffe ich doch mal, denn die Trader sahen ganz gut aus. Und, und, ähm, zum Starten berühren wir hier, äh, keine Speicherdaten vorhanden, ja, wir möchten Speicherdaten erstellen und jetzt wird erstmal was erstellt. Ich habe, ähm, noch einmal ein bisschen an der Kamera rumgespielt, ähm, im Gegensatz zu meinem letzten Let's Play. Es wird zwar nicht besonders anders aussehen, aber, ja, die Musik ist auf jeden Fall schon mal episch. Optionen, mal gucken, was gibt's denn hier so, Audio-Optionen. Ja, das lassen wir alles so unter, soll ich Untertitel, Untertitel schalte ich mal wieder an. Ähm, ihr könnt mir ja unter diesen Part hier schreiben, schreibt am besten direkt drunter, ob ihr das in Ordnung findet, dass ich die Untertitel anlasse, denn, ähm, wenn die euch stören, schalte ich die dann aus in den nächsten Parts. Steuerungsoptionen, ähm, ja, keine Ahnung, kenne mich noch nicht so ganz aus mit dem Spiel, also, Zoom, Waffe abfeuern, Waffenauswahl, Hocke, Nachladen. Sieht eigentlich aus wie bei Spielen wie COD oder Battlefield. Nur Sprinten ist oft, dass du nach unten. Ähm, ja, dann, das war's eigentlich schon. Wir drücken Neues Spiel und werden mal normal. Normal ist so, immer. Hallo? Kann mich jemand hören? Wenn das jemand hört, dies ist eine Nachricht für die Überlebenden. Niemand wird jemals vergessen, wo er gewesen ist. 14. August 1951. Der Tag, an dem der Tod vom Himmel kam und Millionen starben. Schon vor diesem Tag war sich die Regierung der USA der wachsenden Gefahr bewusst. 1950 schloss man die Grenzen. Radio und Zeitungen wurden Staatseigentum. Europa war gefallen, doch die Regierung leugnete die Bedrohung. Und die Bevölkerung glaubte diese Lüge. Wir glaubten sie nicht. Wir sammelten alle Informationen, die wir fanden. Je mehr wir entdeckten, desto eindeutiger wurden die Beweise. Wir nannten uns die Menne-Manns und bereiteten uns auf das Unvermeidliche vor. 14. August 1951. Wir dachten, wir wären bereit. Aber niemand konnte den Schock auch nur erahnen, der uns bevorstand. Oh, ähm... Tja, hört sich ja ziemlich nach Weltuntergang an. Oh. Hey Tommy, gut, dass du auch da bist. Will nichts verpassen. Wir wollen uns selber reden. Das kommt nicht oft vor einem Ego-Schuss. Oh nein, das ist das Umspannwerk. Okay, er ist groß. Mal sehen, ob wir Verstärkung kriegen. Zentrale, hier dachten 174. Erbitten, Verstärkung. Verstanden, 174. Bereit halten. Ihr habt beide CO2. Ich kümmere mich um die Tür. Klar doch, Tommy. Also, um das nochmal zu sagen, wir spielen den Feuerwehrmann Tom Wiley, der gerade zum ersten Mal bei der ersten Invasion... So sehen bleiben, Leute. Ja. Der bei der ersten Invasion dieser Außerirdischen, ja, einen Brandeinsatz bekämpfen soll, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ähm... Nahtkampf. Die Steuerung ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. Bis jetzt? Bis jetzt, na gut. Springen. Ich glaube, ich höre was. Ein Knurren. Wah. Scheiße. Ja, bin okay. Wo sind wir? Ähm... Okay. Verlauf dich nicht. Verdammt. Ja gut, ich habe ja sowieso nur meine Axt, also was soll schon schief gehen? Ich hätte sicher Personal gefunden. Lebendig. Negativ. Riley. Bin hier oben. Oh, verdammt. Es fängt ja schon richtig gut an. Hey. R... Riley. Riley. Komm hier rüber. Smitty ist weg. Hey. Hey. Achst du was zum... Oh. Hallo. Hallo. Oh, scheiße. Da. Da. Larsen. Verdammt. Verdammt. Kann ich nicht die Waffe von dem Viech aufheben? Hä? Wo ist das hin? Wo ist das hin? Und könnt ihr überhaupt was sehen? Ich gucke gerade mal. Ach hier. Halten Sie zum Zoomen L gedrückt. Drücken Sie ja zum Feuern. Zum Fortfahren. Bildschirm berühren. Und zum Schließen. X drücken. Ja. Alien Waffen. Juhu. Also, ähm... Ja. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet. Ach so. Die Hände können wir wohl auch nicht benutzen. Oh nein. Geh weg, das Viech. Ach, wir haben Dauerfeuer? Gut. Okay. Wir... haben... Was ist das? Bullseye-Markierung. Berühren und halten Sie auf dem Bildschirm den Feind, um ihn zu markieren. Okay. Oh, Einführung. Oha. Anscheinend haben wir einen... Automatikfeuermodus. Das ist doch mal was Schönes. Ach so. Und jetzt muss ich... Okay, gut. Gut. Ich glaube, ich habe es verstanden. Also, ich muss das... Gedrückt halten, das Monster. Und dann... Okay, gut. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Okay, gut. Alter. Du musst herkommen. Was ist das? Oh Gott. Warum ist eigentlich immer die Erde Opfer von solchen Scheiß-Alienangriffen? Naja, gut. Ähm... Wo nähern Sie sich einer Ecke, um aufrecht in Deckung zu gehen? Lehnen Sie sich mit links oder rechts nach links oder rechts aus der Deckung und drücken Sie L automatisch durch das Visier zu sehen. Okay, gut. Ah. Ah. Ist es weg? Anscheinend ist es tot. Ja. Gut. Ähm... Ja, mehr Viecher. Weg mit euch Viecher. Okay, gut. So schwer ist es jetzt... So schwer ist es jetzt gerade noch nicht. Aber, ähm... Ha. Das kann sich auch noch ändern. Liebe Leute und Freunde des gepflegten Evo-Shooters. Habe ich gerade auf die Tür geschossen? Äh... Ja. Gut. Ähm... Ich glaube, ich werde mal ein Schlossermeister. Drücken Sie Kreis, um hinter niedriger Deckung in die Hocke zu gehen. Ja, das war mir... Okay, gut, gut. Oh, und... Umsehen und Feiern nach oben um... Okay, gut. Ich glaube, ich habe es verstanden. Also, nach links müssen wir drücken, wenn wir nach links um eine Ecke gucken wollen. Nach rechts, nach rechts und nach oben drücken wir, um über Sachen drüber zu gucken. Das ist ja eigentlich ganz intuitiv. So geht das. Und dann... Ach, da ist noch eins. Okay, okay. Deckungfall habe ich hier überhaupt nicht mitgekriegt. Egal. Und Munition, auch immer gut. Was? Was? Wo? Ach, da! Okay, okay, okay. Gut, ähm... Ich könnte jetzt mal gerade schon versuchen, einen ersten Kommentar zur Grafik abzugeben. Aber... Ich bin gerade etwas beschäftigt. Deswegen werde ich das später verschieben. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt mal gucken. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt... Ah, geht weg! Ihr Homos! Nein! Oh, scheiße, verdammt! Gut, also die Steuerung ist gar nicht so schlecht, muss ich jetzt sagen. Also ich habe befürchtet, dass es etwas schlimmer ist. Bei Uncharted zum Beispiel war es so, dass die Steuerung im Zielmodus nicht die genaueste war. Ah! Weg mit euch! Ach, das war doch gar nichts, steh auf! Halt durch! Verdammt, direkt stirbt einer. Ah, ein anderer ist verletzt. Oh, ja. Ähm... Gut. Und schießen können wir auch nicht. Das bedeutet, entweder es ist keine Monster mehr kommen, oder dass wir einfach nur noch weglaufen dürfen. Ich glaube, es ist irgendwie so komisch. Naja, gut. Wir retten dich, Smitty! Nein! Und wir werden vom Feuer verletzt, hab ich... Sehe ich das richtig? Scheiße! Wir werden vom Feuer verletzt. Ja, wir werden... Oh! Ich versuche, Emotionen aufzubauen. Das schaffe ich aber nicht richtig, weil ich einfach gerade zu viel zu konzentriert bin. Nicht schon in der ersten Mission zu sterben. Nein! 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 Geh da hin, wo die ganzen Raumschiffe ankommen. Geh da hin, wo die Aviants anfangen. Oh nein! Oh nein! Tragen? Ah! Aha! Los raus hier! So... So... Gut. Gut. Sehr gut. Ach, da oben! Scheiße! Oh! Oh! Da hinten... Ich hab keine Munition mehr. Aha! Aha! Scheiße! Verdammt! Okay, gut! 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 Scheiße! Ja! Ich hoffe, die Ladezeiten sind nicht so allzu lange. Oh ja! Sehr gut! Gut! Ähm... Gut, so ein Toten muss auch mal sein. Ähm, gut! Gut, ich geh mal hier hinter. Oh Gott! Ja! Scheiße! Ja! Scheiße! Ja! Ja! Läuft er hin? Ich bin sein Hauptfeind. Nein. Okay, die Feinde sind schon recht aggressiv. Warum nur? Scheiße. Keine Muni. Nein. Nein. Was soll das? Scheiße. Okay, gut. Gut, 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 gut. Ich glaube, ich habe gerade einen Fraugen gebracht. Na egal, die wäre sowieso gestorben. Ich versuche mir hier gerade ein gutes Gewissen einzureden. Dass ich eine Videospielfrau umgebracht habe. Sie schreckt mich. Okay, okay. Nein, keine Muni. Okay, gut. Gut, ähm, was ist das hier unten? Sind das Granaten? Ja, toll. Aber das ist der letzte, glaube ich, oder? Ja. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Scheiße. Gut, ähm, Munition. Danke. Herrgott, danke. Äh, schnell... Oh, scheiße. Ja, äh, gern geschehen. Um den da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, aber... Ich frage mich auch, warum die so geschrien hat. Ich meine, die Tür war doch zu. Also, nicht besonders sicher zu, aber zu. Ich vergesse immer, dass ich auch rennen kann. Ziehen Sie das Granatensymbol auf Ihr Ziel und lassen Sie es für ein Ziel. Okay, genau wie in Uncharted, nur wird das hier wahrscheinlich öfter vorkommen, dass wir Granaten werfen. Und, ähm, deshalb verzeiht mir, wenn ich hier nicht so die Vita genau vor der Kamera halten kann, wie bei Uncharted es oft der Fall war. Ähm, aber ich werde mich bemühen, dass ihr alles sehen könnt, denn sonst würde ich ja... Ich hätte mir das sehen, würde ich nicht filmen. Oh, aber es ist ein bisschen einfacher. Ja. Lebt der Typ noch? Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, ich habe dir das Leben gerettet. Los, bedank dich. Hey Mann, die Idee war nicht dumm. Ich tue, was ich kann. Komm, komm, hier kommen wir raus. Wir haben tatsächlich gesagt... Ich höre nichts. Was ist das für ein Typ? Ähm, gute Nacht. Verdammt. Aber das ist eine gute Waffe, was ist das eigentlich? Ist das so eine Art Armbrust? Sieht ein bisschen aus wie ein Armbrust. Hier spricht Tom Riley. Ich höre Sie. Riley, das ist, äh, im ganzen Gebiet. Sie müssen bei der Evangierung helfen. Wir schicken alle zum Howard Tunnel. Wiederhole, zum Howard Tunnel. Äh, schneller Waffenwechsel. Ja, das ist ja... Verstanden. Ende. Ja, wir nehmen lieber die hier. Die hat sich ja bisher bewährt. Obwohl Alienwaffen... Ach, wir müssen natürlich... Nein! Okay, gut, Nahkampfangriffe werde ich wohl öfter benutzen. Ja, Nahkampfangriffe werde ich definitiv öfter benutzen. Aber... Aber nicht in solchen Momenten. Äh... Tut mir leid, ich habe ja nichts gegen euch, aber ich brauche eure Munition. Schade nur, dass ihr da weiter... Blablabla... Dass ihr da verstirbt. Ja? Ja! Alle Personen auf Station Allentzüllen nach den Armbusten gehen! Gut. Was? M-M-M-M-M-Napalm-Armbrust. Okay, gut. Napalm-Armbrust hört sich gut an. Ziehen Sie den Daumen am Lauf nach unten, um die Napalm-Armbrust zu spannen. Drücken Sie zum Feuern R. Okay. Ah ja. Ach, wir müssen es doch spannen. Ha! Okay, super. Ich freue mich schon. Ah, ich dachte, wir müssen so ein... Die Ambrust überhaupt nicht... Was? Nein, ich will nicht runter. Habe ich jetzt gespannt? Ja, ich habe gespannt. Okay, gut, gut. Ja, ich bin etwas verletzt. Aber ich bin leicht froh... Ich bin leicht froh, dass wir es geschafft haben... Dass ich es geschafft habe, mich für normal zu entscheiden. Denn ansonsten wäre ich wahrscheinlich schon lange verreckt. Also auf schwer. Ja, renne nicht gegen die Wand. Ähm... Na... Explodierende Köpfe. Also eigentlich sollte die US-Cardar-Spiel hier zensiert haben. So wie ich sie kenne. Aus den Berichten. Aber das Spiel ist tatsächlich uncut. Also es ist uncut. Was ist das für ein... Was ist das für ein... Nein, 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 ah, ah, geh weg. Obwohl... Nein. Zentrale. Komm. Was Neues von Nat und Rachel? Oh Gott. Ich kann nur hoffen, dass wir unterwegs zum Tunnel sind. Die müssen schleunig dahin. Wir haben nicht mehr viele Männer. Okay. Ende. Also die Grafik geht eigentlich. Also ich finde, in Uncharted war sie definitiv besser. Auf den ersten Blick her. Also die Texturen sind hier teilweise nicht so schön. Da hinten. Aber es ist eine Mobilkonsole. Und für eine... Wenn man es mal mit der PSP oder mit iPhone und so, was man so unterwegs zum Zocken dabei hat, vergleicht, dann ist es schon eigentlich top. Okay, ich laufe lieber etwas langsamer, denn hier kommt bestimmt irgendein Viech. Okay, gut, gut, gut. Kommt nicht nur ein Viech, hier kommen ganz viele Viecher. Danke für euren Besuch. Leider ist unser Haus momentan überfüllt. Und wir versuchen, Gäste zu entsorgen. Danke schön. Schade, dass sich das auflöst eigentlich. Ich würde mir gerne mal diese zersplatterten Leichenteile angucken. Behindert Raiden for the win. Yo. So. Ähm. Gibt's... Ach ja. Garabinergranatwerfer. Berühren und halten sie zum Abfall einer Garabinergranate. Eigentlich gibt's hier schon... Eigentlich fast schon zu viele Waffen für meinen Geschmack. Die Hauptwaffe reicht mir. Und... Die Hauptwaffe reicht mir nicht. Das ist jetzt meine Standardwaffe. Und ich suche im Übrigen nebenbei immer nach Schätzen. Das fühle ich ein bisschen nervig. Den Anschattet hat mich... Oh. Ist das jetzt eine menschliche Waffe? Warte. Ich fähre jetzt mal den Garabiner. Oh ja, gut. Das, äh... Hat das eigentlich eine automatische Zielfunktion, das Spiel? Ich habe so das Gefühl, dass ich... ...nicht besonders viel selbst machen muss am Zielen. Gut, gut. Aber... Also die Steuerung... Die Steuerung findet man sich wahnsinnig schnell rein. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut läuft. Das fühlt sich ungefähr so an, als wenn man in COD... ...mit Controllerempfindlichkeit 1 spielt. Nur, ähm... ...macht das auf der Vita mehr Sinn. Weil diese... ...diese Analog-Sticks... Ich kann aber nicht weiter reinlegen, ne? Schade. Weil diese Dual-Analog-Sticks... ...leider nicht allzu... ...weiten... ...sammel ist. Weil die nicht... Warte. So. Oha. Ja. Aber ich dachte mal so... ...Gratik ist hier in dem Spiel... Gut, weg mir. Ähm... ...Grafik ist in dem Spiel jetzt auch nicht allzu wichtig... ...für meinen Geschmack, weil... ...hier achtet man sowieso nicht so... ...auf die Umgebung, wie in Uncharted. Oh... ...weg, weg, 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 weg. Ach ja, rennen wir nicht. Und, ähm... ...in Uncharted ist die Grafik meiner Meinung nach noch ein bisschen wichtiger, aber... ...es ist eine gute Voraussetzung für ein gutes Spiel, wenn man eine gute Grafik hat. Oh, ich muss die Zeit im Auge behalten. ...21 Minuten. Also, die Framerate ist bis jetzt noch nicht eingebrochen... ...um etwas technischer zu werden. Ach, und ich muss nur einmal den Knopf noch... ...und ich probiere es nochmal aus. Ich laufe, drücke einmal. Ach, perfekt. Ähm, Waffenrad. Halten Sie, um das Waffenrad aufzurufen. Oh, ja. Hm. Habe ich einen? Ist das... Das sieht aus wie ein MG, aber ich glaube, das ist das, was wir gerade haben hier. Mule. Ha, ha, ha. Kommt her. Ähm. Gut, äh, ich habe die Mauer getötet. Das ist... Aber das Spiel passiert auch. Boah, zum Glück, denn sonst... ...be ich hier ganz schön am Arsch. Und ich habe auch das Gefühl... ...was ist... ...und ich habe auch das Gefühl, dass, ähm... ...das Spiel... ...oder ich habe nicht nur das Gefühl, ich glaube, es ist so, dass das Spiel langsamer abläuft, während man eine Granate wirft. Ich probiere es mal gerade aus. Ja, doch, in der Tat. Und ich habe schon die zweite Granate in den Abgrund geworfen, aber das war jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Nein. Nur die Waffen können sich etwas realistischer anhören, also da habe ich schon echt Besseres gesehen. Ähm. Aber ich lasse mich immer noch vom Spiel gerade überzeugen, denn, äh... ...ich spiele es ja erst seit 20 Minuten und... ...ach so, stimmt, ja. Keine Moni mehr. Dann nehmen wir mal das hier. Also, die Waffe hört sich von allen bis jetzt am besten an hier. Etwas dumpf, ne? Oder? Im Übrigen, wir sind ja in New York, ähm... ...wenn ich das mal... ...Granaten schnell werfen. Schnell. Ja, das hätte ich jetzt nicht, überhaupt nicht gedacht. Dass das so funktionieren soll. Also, da hätte ich ja echt gedacht, da muss man gleichzeitig L-Taste und auf dem Touchscreen, äh, ne... ...achtmalen drücken. Also, da... ...obwohl der Tipp natürlich ganz zu gut ist. Also, für Leute, die noch nie auf einer Mobilkonsole, vor allem auf einer Konsole gespielt haben, ist das. Äh, sind diese Einführungen ganz lustig. Wer ist das hier eigentlich? Mit wem laufen wir hier rum? Zeig dich. Würden Sie sich bitte umdrehen? Okay, gut. Friendly Fire ist definitiv aus. Ähm. Nein. Hat irgendwo seine Vorteile... ...weg mit dir. Denn ich kann einfach wild um mich umwandeln. ...warten alle zum Tunnel. Zum Tunnel? Mir nach. Ich kenne eine Abkürzung. Welcher Tunnel? Oh, warte mal. Ach, die New Yorker. Ähm. Subway. Keine Ahnung, wie man das da nennt. Scheiße von. Ich hab's vergessen. Wo ist die lang jetzt? Die Frau? Naja. Oh. Und immer mehr Gegner. Das ist ja super. Also, ich bedanke mich ja wirklich. Ah. Ah. Scheiße. Wir gucken uns jetzt mal den Gegner an, der direkt vor uns steht und einfach vor uns schießt. Punkt 1. Anscheinend haben wir den Kopf über der Kiste. Sonst würden wir ihn nicht sehen. Warum trifft er uns nicht? Und warum läuft er nicht einfach da hin und versucht, uns im Nahkampf zu killen? Und warum stirbt er nicht, wenn ich in den Hatschen rede? Herr Trott, Junge. Fachbegriffe. Aussehege, Shooter, Single. Man, ich bin so cool. Soll ich öfter so behindert reden? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Ich stelle sinnlose Fragen, um viele Kommentare zu sammeln. Aber bewerten ist mir eigentlich wichtiger. Also, wenn ihr die... Wenn ihr eine Wahl habt, dann bewertet lieber, anstatt zu kommentieren. Zum Tunnel geht sie die Treppe hoch. Ich gebe Deckung. Was? Sie kommen doch gerade runter hier. Ich glaube, die ist verwirrt, die Frau. Nein. Tür auf. Danke. Boah. Ach, diese Treppe. Ja, die ist also... Also, das ist ja wirklich ein ganzes Stockwerk, dass wir da zurücklegen. Also, ich möchte gerne hier vorbei. Warte, ich gehe mal kurz hier hin. So, und jetzt neu. Ähm. Ich glaube, ich habe gerade einen Bug gefunden. Ja, ich habe einen Bug gefunden. Definitiv. Und warum rennen die Leute weg? Und ich habe keinen Besprei. Oh. Oh, Daddy. Ich wusste, dir geht's gut. Ich wusste es. Oh mein Gott, Tom. Natalie, bleib in Bewegung. Hier ist es nicht sicher. Tom. Tom, du musst mit uns kommen. Baby, wir halten sie auf, bis alle entkommen sind. Bitte, Tom. Es ist vorbei. Wir müssen los. Okay. 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 Runter. Hier lang. Gehen wir. Hier. Hier rein. Geh. Geh schon. Ich finde dich. Ach, nee. Also, ich wäre ja gerne abkommen. Fliegende Teile. Oh, ja. Fliegende Teile sind immer gut. Und die Explosion sah ganz gut aus. Also, ich bin guter Dinge, dass das Spiel noch einiges mehr an Fahrt aufnimmt. Fliegende Teile sind immer gut. Das ging schnell. Haben wir noch was im Angebot? Karabiner. Wo ist das? Ah, doch. Ich bin gut. Okay, Moment. Ich geh mal kurz zurück. So, von hier aus lässt sich doch einiges angenehmer die Situation überschauen. Überwinden, du nirgst sowieso. Und du. Ähm. Ist nicht da. Wir haben da was. Es kommt zu Ihnen. Ich kann es jetzt sehen. Mann, ist das groß. Hoffentlich kriegen sie alle raus, weil ich. Ich weiß nicht, wie lange wir noch. Zentrale, wovon reden sie da? Was ist unterwegs? Zentrale. Diese Leute haben keine Chance, wenn wir es nicht aufhalten. Hier lang. Der Truck. Wir müssen uns ausrüsten. Okay, gut. Naja, gut. Also die Gesichtsanimationen auch in der... Kannst du... Die hätten wirklich... Ich glaube, sie sind nicht schnell genug im Tunnel. Jetzt geht's. Wir müssen abwarten, ob sie es überhaupt durchschaffen. Es sind Menschen, Sir. Corporal, Mensch oder nicht? Was auf dem Truck ist, bekommt niemand verstanden. Ja, Sir. Was soll das? Nichts. Corporal, wie ist Ihr Status? Sie sind fort, Sir. Bewegung. Diese Lieferung ist für Richard Kroon. Mist. Na los. Nimm so viel du kannst. Uns bleibt nicht viel Zeit. Das gehört doch gar nicht mir. Nein, nein, nein. Also wirklich. Was ist das eigentlich? Wow. What? Das ist schon besser. Hier. Ach, das sind wahrscheinlich Teile... Grau-Technologie beschafft. Mit Grau-Technologie-Rad zu aktivieren, wählen Sie das Grau-Technologie-Objekt in der Mitte des Waffenrades. Drücken Sie Select. Drücken Sie Select. Ah. Ich habe Flugmodus nicht eingeschaltet, fällt mir gerade auf. Ich würde gerne... Ach, ach, einen Moment. Ich kann also quasi... Ja, ich schalte mal schnellere Nachladezeit frei. Ähm, ich muss das erstmal noch... Ja, Trophäen! Ja. Okay, ich muss ja langsam erstmal... Ähm, kann ich hier Start drücken? Ne, wir sind schon im... Ich gehe mal eben hier zurück. Drücke kurz Start. Und, ähm, nach 33 Minuten ist hier der erste Part schon vorbei. Ich muss mit diesem Rad mich erst noch zurechtfinden, aber das ist ja kein Problem. Ähm, ja, wie hat es euch bisher so gefallen? Ähm, also ich finde das Spiel ja gar nicht so schlecht. Ähm, schreibt es in die Kommentare. Das einzige, was ich, äh, verbesserungswürdig finde, wäre die Synchronisation also und die Gesichtsanimation. Die Grafik, ja gut, es kann nicht alles wie Uncharted aussehen, aber es ist doch ein bisher solides Spiel. Mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Part. Bis dann!